Im letzten Adventskalender gab es den ersten einfachen Einstieg zum Arduino mit den wichtigsten Grundlagen. Wie nutzt man die Ein- und Ausgänge, Sensoreingaben, Ansteuerung von Motoren, Servos, Displays und so weiter. Bei vielen Dingen konnten wir nicht so sehr ins Detail gehen, da die Videos nicht viel länger als drei Minuten sein sollten. Einige finden das ein bisschen kurz, aber bei einem normalen Adventskalender gibt es auch nicht jeden Tag eine ganze Tafel Schokolade. Inzwischen kann man sich die Playlist ja komplett ansehen und die hat dann auch schon Spielfilmlänge. Trotzdem soll es heute ein kleines Update geben, wo wir uns einige Dinge nochmal etwas genauer ansehen und ich auf die Hinweise und Bemerkungen in den Kommentaren eingehen will. Herzlich Willkommen auf Technik selbst erlebt zum ersten Video im neuen Jahr. Ja, eine Frage steht jetzt im Raum. Was ist besser? Etwas längere, ausführlichere Videos über 10 bis 20 Minuten? Oder eher kurze Videos, die dann nur einen Aspekt beleuchten. Wenn ich mir die Statistik ansehe, dann haben die langen Grundlagenvideos weitaus mehr Klicks. Allerdings werden sie nur selten in voller Länge gesehen. Also schreibt mir mal eure bevorzugte Videolänge. Kommen wir jetzt aber zum Mikrocontroller. Eine Frage war, warum noch die alte 1.8er Version der IDE benutzt wurde. Ein Grund dafür ist, dass die Videos schon im Sommer produziert wurden und da war die neue IDE noch im Beta-Stadium. An der Syntax ändert das ja erstmal nichts. Aber sehen wir uns mal an, was bringt uns denn die neue IDE aus meiner Sicht? Das erste, was mir auffiel, ist, dass die IDE nicht automatisch die Spracheinstellung des Systems erkennt, wie die alte Version, und erstmal in Englisch startet. Man muss die Spracheinstellung selbst vornehmen. Die IDE lässt sich auf ein Dark-Design umstellen, also helle Schrift auf dunklem Hintergrund. Mein derzeitiger Favorit ist das hier. Optimal ist meiner Meinung nach keine von den Varianten, eine individuelle Konfiguration wäre wünschenswert. Die nächste auffällige Veränderung im Design ist die Symbolleiste an der linken Seite. Dazu kommen wir gleich. Ein Text-Highlighting, wie es jede moderne Programmier-IDE mitbringt, gab es ja schon bei der Vorgängerversion. Wenn man jetzt mit dem Mauszeiger über eine Funktion fährt, bekommt man eine kleine Hilfe bzw. Erklärung angezeigt. Auch bei Variablen und Konstanten funktioniert das. Es gibt jetzt auch eine Autovervollständigung. Das kann helfen, wenn man die Funktion noch nicht so genau kennt oder nicht sicher ist, wie es geschrieben wird. Auch die definierten Variablen werden angeboten. Ich selbst bin allerdings nicht unbedingt immer ein großer Fan davon. Da sie sich auch abschalten lässt, ist das aber kein Problem. Die Symbole in der Sidebar sollen die Arbeit etwas schneller machen, weil man sich nicht erst durchs Menü arbeiten muss. Allerdings ist die Auswahl der Funktion für mich nicht ganz logisch. Das Ordner-Symbol für das Öffnen des Sketchbooks macht Sinn. Das gab es auch schon bei der alten IDE. Beim nächsten Button sieht das schon anders aus. Warum ich ständig neue Boards installieren sollte, leuchtet mir nicht ein. Da ich nur ein Arduino besitze, habe ich die Funktion noch nie gebraucht. Den Bibliotheksverwalter braucht man schon hin und wieder mal, aber auch nicht so oft, dass ein extra Schnellstartbutton dafür nötig wäre. Das nächste ist ein Debugger, mit dem man das Programm schrittweise abarbeiten kann, um Fehler besser einzukreisen. Allerdings braucht er eine entsprechende Hardware-Unterstützung, weshalb er nur auf wenigen Boards funktioniert. Da ich keins davon besitze, konnte ich den Debugger auch nicht testen. Das fünfte Symbol steht für die Suchfunktion im Programmcode. Die drei sinnvollen Buttons hätte man eigentlich auch in der Menüleiste unterbringen können, zumal es ja hier schon zwei Symbole gibt, für den seriellen Monitor und den seriellen Plotter, mit dem man Werte grafisch anzeigen kann. Und man hätte die Buttons aus der alten IDE für das Speichern und das Anlegen eines neuen Sketches dafür ruhig beibehalten können. Es wurden also einige Ergänzungen vorgenommen, die man von anderen IDEs längst gewohnt ist und weshalb einige schon auf Alternativen umgestiegen sind. Insgesamt finde ich aber, dass neu nicht immer automatisch auch besser ist. Im Teil 7 haben wir uns das erste Mal mit der Eingabe über Taster bzw. Schalter beschäftigt. Dazu wurde der Eingang über einen Pull-Down-Widerstand an Masse auf Low Potential gelegt, damit der Eingang nicht offen ist und eventuell einen undefinierten Zustand hat. Offene Eingänge sind auch viel empfänglicher für Störimpulse. Geschaltet wird gegen die Betriebsspannung. Die Methode funktioniert immer sogar an Pin 13. Zur Erinnerung, an Pin 13 ist intern bereits eine LED angeschlossen, weshalb er als Eingang nur eingeschränkt nutzbar ist. Eine zweite Möglichkeit wäre natürlich, den Widerstand gegen Betriebsspannung zu legen, wodurch der Eingang auf High Potential liegt, und dann gegen Masse zu schalten. Dadurch ergibt sich eine umgekehrte Logik, weshalb das Programm angepasst werden muss. Die Abfrage der Schalter muss jetzt auf Low Potential erfolgen. Dann funktioniert es aber genauso. Pin 13 ist so aber nicht nutzbar. In der Regel besitzen die Mikrocontroller bereits eingebaute Pull-Up-Widerstände, die über die Software zugeschaltet werden können. Das macht man bei der Konfiguration der Anschlüsse mit Input-Pull-Up. Das verringert natürlich die Außenbeschaltung, denn die Widerstände können jetzt entfallen. Ein Problem wurde in den Kommentaren schon ausgiebig diskutiert, und das ist das Prellen von Kontakten. Wenn die Kontaktfedern aufeinander prallen, entsteht nicht sofort eine sichere Verbindung. Sie prellen zunächst wieder voneinander ab, schließen dann wieder, und das kann mehrfach hintereinander passieren. Der Eingang bekommt so mehrere Impulse in schneller Folge. Wenn die Hardware und das Programm ausreichend schnell sind, werden die auch ausgewertet. Das ist unproblematisch, wenn jede Taste nur einen einfachen Schaltvorgang auslösen soll. Schwierig wird's, wenn die Taste mehrere Funktionen hat, oder wenn gezählt werden soll, wie oft die Taste gedrückt wurde. In dieser Schaltung soll die LED mit nur einer Taste abwechselnd ein- und ausgeschaltet werden. Bei jedem Tastendruck soll sich der Zustand der LED ändern. Ausschlaggebend ist der Wert der Variablen LED1, der bei jedem Tastendruck invertiert wird. Wenn hierbei jedes Mal mehrere Impulse kommen, ist der Endzustand eher zufällig. Naheliegend wäre ja vielleicht eine Verzögerung in das Programm einzubauen, damit die Taste nicht so schnell hintereinander abgefragt wird. Sowas findet man auch immer mal wieder als Lösungsvorschlag. Hier ein Beispiel, wo die Taste mit einer Verzögerung zweimal abgefragt wird und erst dann der Programmcode ausgeführt werden soll. Ich bin etwas enttäuscht, dass das von einer Fachzeitschrift kommt. Ich habe das mal so gemacht. Es funktioniert auch, solange die Taste ganz normal immer nur kurz gedrückt wird. Hält man aber zu lange drauf, wird daraus ein Blinker. Das ist keine gangbare Lösung. Zum Glück bringt die Arduino IDE mit die Bounce ein besseres Programmbeispiel mit. Ich habe zum besseren Verständnis die Kommentare ins Deutsche übersetzt. Die interne LED an Pin 13 wird dabei mit einem High Potential am Taster geschaltet. Es werden Variablen definiert, in denen man die Zustände des Ein- und Ausgangs speichert und zwei Zeitvariablen. Unter anderem die Verzögerungszeit in Millisekunden für das Entprellen, die eventuell je nach Schalter angepasst werden muss. Im Setup-Teil werden die Pins definiert und der Ausgangszustand der LED. Jetzt wird der Taster abgefragt. Jedes Mal, wenn sich der Zustand gegenüber dem letzten Schleifendurchlauf geändert hat, wird der Inprell-Timer auf die aktuelle Zeit gesetzt. Wenn die Differenz aus der aktuellen Zeit und dem letzten Schalten größer ist als die Verzögerungszeit, kann man von einem gültigen Wert am Eingang ausgehen. Wenn der Tastenzustand sich geändert hat und der letzte Zustand High ist, wird der LED-Status geändert und der letzte Schaltzustand in die Variable LastButtonState gespeichert. Probieren wir es aus. Funktioniert. Und auch wenn die Taste länger gedrückt wird, passiert nichts mehr, da das Programm immer nur auf eine Veränderung beim Tastenstatus reagiert. Das wäre eine mögliche Softwarelösung. Eine absolut sichere, aber aufwändigere Methode wäre ein Entprellen über die Hardware. Zum Beispiel mit einem RS-Flipflop. Allerdings braucht man dafür einen Umschalter. Also wenn euer Arduino-Projekt nicht ganz so funktioniert wie erwartet, denkt auch mal an dieses Problem. Im 9. und 21. Teil hatten wir einen analogen Eingang genutzt für einen einfachen Spannungsmesser. Dabei sind wir davon ausgegangen, dass über den USB-Anschluss auch eine Versorgungsspannung von 5 Volt kommt. Nach der Spezifikation kann die sich aber zwischen 4,4 und 5,25 Volt bewegen. Das würde die Messung natürlich verfälschen. Es sollte in der Einführung ja erstmal nur um das Prinzip gehen. Um genauer messen zu können, braucht man eine stabile Referenzspannung als Vergleich. Viele Kontrollerscheibkreise besitzen eine interne Referenzspannung, die man nutzen könnte. Aber auch die besitzt eine gewisse Toleranz. Genauer kann man nur mit einem extern angeschlossenen Referenzelement arbeiten, indem man den Messwert damit vergleicht. Das bietet aber alles genug Stoff für ein eigenes Video. Und dann gab es eine Aufgabe zum Thema Zufallszahlen, wo ihr eine Lösung suchen solltet, wie bei der Ziehung der Lottozahlen sichergestellt werden kann, dass keine Zahl doppelt vorkommt. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es ja möglich, dass die Zahlen mehrfach vorkommen. Beim richtigen Lotto wird einfach die gezogene Kugel aus dem Spiel genommen. Es gibt da natürlich mehrere Lösungen, die aber alle drauf hinauslaufen, die Zahlen zu vergleichen und so lange neue Zahlen zu ziehen, bis keine Doppelungen mehr vorkommen. Ob man erst alle Zahlen zieht und dann vergleicht oder ob man das nach jeder gezogenen Zahl macht, ist im Prinzip egal. Ich habe mal die zweite Variante ausprobiert. Damit die Zahlen verglichen werden können, werden sie in einem Array gespeichert. Die erste Zahl kann erstmal ganz normal gezogen werden. Dann folgt die Schleife für die Zahlen 2 bis 6. Am Anfang wird wieder eine Zufallszahl gezogen. Mit der While Schleife wird das Array mit den bereits gezogenen Zahlen durchsucht, beginnt bei Index 0. Wenn die Zufallszahl schon vorhanden ist, wird so lange neu gezogen, bis die Zahlen ungleich sind und die Variable Doppelung geht auf True. Denn das Array muss jetzt nochmal von vorn durchsucht werden. Das heißt der Index geht wieder auf 0. Ansonsten kann J um 1 erhöht werden. Die Variable Doppelung muss jetzt wieder zurückgesetzt werden, weil wir uns sonst in einer Endlosschleife drehen. Haben wir jetzt endlich eine Zahl gefunden, die es noch nicht gab, wird die an die nächste Position im Array gespeichert. Am Schluss wird alles einfach wieder auf dem seriellen Monitor ausgegeben. Und nach 10 Sekunden gibt es die nächste Ziehung. Ich starte das Programm jetzt mal. Das sieht erstmal ganz gut aus. Es gibt allerdings ein grundsätzliches Problem mit der Random Funktion. Ich drücke mal die Reset Taste am Arduino und starte so das Programm neu. Kommt euch die Zahlenfolge bekannt vor? Ich mach das nochmal. Und es kommt wieder die gleiche Zahlenfolge raus. Ganz so optimal ist so ein Software Lotto Generator wohl doch nicht. Ja, solche Software Zufalls Generatoren erzeugen nicht wirklich Zufallszahlen. Das hatte ich auch schon im Video zum Rauschen gesagt. Auf lange Sicht werden immer wieder die gleichen Zahlenfolgen nach einem festen Algorithmus erzeugen. Um echte Zufälle zu bekommen, kann man entweder einen natürlichen Rauschgenerator einsetzen oder man bringt ein zusätzliches Zufallsmoment ein. Zum Beispiel, indem man den Zufallsgenerator ständig laufen lässt und die Zahlen auf Tastendruck abruft. Der Moment, wann der Benutzer die Taste drückt, ist dann mehr oder weniger zufällig. Das war es, was ich zum Arduino noch ergänzen wollte, weil im Adventskalender dafür kein Platz war. Wenn euch das was gebracht hat, gebt ein Like für das Video. Bis demnächst.